Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es mal wieder um eine Auswahl der Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Und ja, der Mai steht bevor und was ist am 4. Mai mal wieder? Ganz großer Star Wars Tag und selbstverständlich stehen da die Blu-Ray-Releases im Schatten der Skywalker-Saga. Und Star Wars Episode 9, das Ganze gucken wir uns jetzt selbstverständlich in der Desktop-Ansicht einmal an. Wir haben hier Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers in einem 3D plus Blu-Ray plus Bonus-Disc-Stirburg. Disney-typisch wie immer ohne Titel und mit Bildchen auf dem Spine. Das konnten wir zumindest hier schon mal bei meinem geschätzten Kollegen, den Simi, sehen, der euch das Ganze ja schon im Vorfeld präsentiert hat. Wer also das Unboxing sehen möchte, der guckt mal unten in die Videobeschreibung. Ich werde euch das selbstverständlich wie immer in der Infobox verlinken. Und wer meine persönliche Meinung zu diesem Film sehen möchte, der guckt sich meine Review dazu an. Ist aber schon ein bisschen spoiler-mäßig im Titel. Selbstverständlich erscheinen hier noch weitere Editionen, wie zum Beispiel die 4K-Edition von Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Und wir haben dann in diesem Fluss selbstverständlich noch ein paar weitere Releases. Das große Thema muss ja mitgenommen werden. Und so haben wir zum Beispiel Rogue One, Star Wars Story 4K Ultra HD Edition in diesem Line-Look schubern oder was immer das sein sollte. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Aber ich befürchte fast, weil hier ja auch nichts angegeben ist, dass das FSK-Logo wieder fest aufgedruckt sein wird. Das hat der Disney sogar schon bei diesen schönen Disney-Schubern gemacht, die sie zuletzt mit ihren Zeichentrick-Klassikern rausgebracht haben. Sehr tolle Schuber, aber der feste FSK-Flaschen versaut es für mich komplett. Ihr könnt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ihr habt außerdem auch noch Solo. Also von diesen Cover-Designs sieht das schon sehr schick aus. Muss ich definitiv sagen. Und hier haben wir dann auch noch das Erwachen der Macht. Auch das sieht eigentlich richtig nice aus. Und so haben wir dann auch noch die letzten Jedi. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Sieht doch schon cool aus. Zumindest vom Cover-Design her über den Film kann man ja auch bekanntlich streiten. Wenig zu streiten gibt es eigentlich bei dem Thema die komplette Skywalker-Saga. Hier sind die Meinungen eindeutig 83% eben nur mit einem Stern bewertet. Auch wenn hier groß aufgetrumpft wird mit eben jede Menge Bonus-Material und was weiß ich nicht alles. Aber wer da weiterlesen möchte, was es damit auf sich hat, dem sei eben diese Rezension empfohlen. Eine sehr schöne Rezension geht auch total ins Detail, was es mit den Bildern, mit dem Ton und so weiter auf sich hat. Also klickt da mal drauf. Ich werde euch das, wenn ich es jetzt nicht verpeile, in der Infobox verlinken. Und ihr seht es schon hier. 1.300 Personen fanden diese Rezension sehr hilfreich. Also liebe Leute, guckt euch da mal durch. Und selbstverständlich gibt es die Saga dann auch ohne 4K. So schaut die dann aus. Bisschen anders vom Design her und von der Aufmachung. So komplett dann in einem Schuber. Ist okay. Spart Platz. Und wer die Filme noch nicht in seiner Sammlung hat, für dem ist das vielleicht mal eine Überlegung wert. Dann machen wir weiter mit die Farbe aus dem All. So schaut die Edition hier aus. Media Book Cover Variante A. Dann haben wir auch noch Cover Variante B. Das habe ich euch ja schon mal in den Vorbestellertipps präsentiert. Das erscheint nur jetzt endlich am 30. April, wie man sehen kann. Und dann gibt es eben noch diese coole Ultimate Edition. Ich finde das ja richtig geil. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es immer von so komischen Filmen rauskommt. Und nicht mal von so, ja, ist wie immer Geschmackssache. Ganz klar, der eine findet den Film toll. Der andere sagt, ne, damit kann ich nichts anfangen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das eben bei solchen Filmen rauskommt. Und wir da nicht mehr bei ein paar bekannteren Filmen solche schönen Editionen bekommen würden. Das würde ich mir wünschen. Hier 4K plus 5 Blu-Rays plus CD. Also das Nonplusultra für diesen Film. Dann geht es weiter mit der Turbine Steel Edition. Bei mir liegen sie richtig. Und hier haben wir einen weiteren Film von Didi Halleforten in der Turbine Steel Collection. Das Ganze erscheint am 30. April bei Amazon für 22,99 und bei Turbine im Shop 21,95. Allerdings hier erst ab 30 Euro versandkostenfrei. Deswegen habe ich euch eben die Amazon Alternative noch mit angeboten. Yo, Parasite kommt dann auch im 4K Ultra HD exklusiven Steelbook bei Amazon raus. So schaut das gute Stück aus. Das trifft jetzt leider nicht voll meinen Geschmack. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Von daher, es wird bestimmt seine Fans finden. Und beim einen oder anderen wird das Steelbook in die Sammlung wandern. Dann haben wir noch ein paar MRA Keep Cases. Und zwar Extreme Job Spicy Chicken Police. Wenn wir schon im asiatischen Bereich sind, können wir uns das Ganze auch hier mal ganz kurz angucken. Mir sagt der Film leider überhaupt nichts. Machen wir weiter mit ein Papa für alle Fälle. Humorvoll und herzerwärmend. Also es muss nicht immer ultra brutal sein. Dieser Zeit haben wir ja eh mehr Zeit für die Familie. Und dann vielleicht auch mal Zeit, so einen Film uns anzugucken. Und dann haben wir noch ein paar ältere Filme mit James Woods. Hier Bestseller zum Beispiel erscheint im Keep Case. Und auch der Cop ebenfalls mit James Woods. Ebenfalls im Keep Case. Und ebenfalls von NSM Records. Jungen, lieben Filmfreunde, das soll es dann gewesen sein mit einer Auswahl der Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Alles im Zeichen, ganz natürlich hier, wie hier hinten zu sehen ist, von Star Wars. Schreibt mir bitte eure Meinung zu den ganzen Themen. Und selbstverständlich auch zu der ganzen Star Wars, Disney-Veröffentlichungspolitik in die Kommentare rein. Lasst uns diskutieren. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und Servus.